Zwei Glatzköpfe auf einmal, das kann ja nur gut werden. Worum geht es, meine lieben Aktienfreunde? Es geht um ein Reaction-Video hier auf ein Reaction-Video über den 10XDNA-Fonds von Frank Thelen, auf den sich momentan vorzüglich einschlagen lässt, was ja auch zu Genüge getan wird, teilweise auch wirklich zu Recht. Und dann wollen wir mal gucken, was der liebe Jens Rabe dazu sagt. Und ich werde dann das kommentieren, was der Jens kommentiert. Und also Film ab. Ich wollte es eigentlich nicht tun. Ich wollte kein neues Video über den Fond von Frank Thelen machen. Ja, und ich wollte eigentlich kein neues Reaction-Video über Jens Rabe machen, aber ich habe es mir anders überlegt. Aber ich habe letzte Woche eine Sache gehört und darüber müssen wir unbedingt sprechen, denn die ist so extrem lehrreich und du kannst so viel daraus lernen. Und deswegen jetzt mal eine steile These. Genau deshalb machen wir auch dieses Reaction-Video, weil ich denke, dass du daraus einiges lernen kannst. Und jetzt kommt eine steile These. Hier zu Beginn dieses Videos. Ich bin überzeugt davon, dass der Fond von Frank Thelen pleite gehen wird. Tatsächlich ist er wirklich überzeugt davon, Jens Rabe, dass der Fond von Frank Thelen pleite gehen wird. Nämlich wenn wir ein bisschen weiter gehen, sagt er nämlich plötzlich etwas anderes. Dann klingt das nicht mehr ganz so überzeugt. Man höre und staune. Ja, die hat eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, nämlich ist ein Münzwurf. Dieser Fond wird die nächsten fünf Jahre nicht überleben. Der wird irgendwann aufgelöst. Ja, okay. Also, mit der Überzeugung doch nicht so weit her. So viel zum Thema Clickbait. Aber nichtsdestotrotz, ich will dem Jens ja nicht die Kompetenz absprechen, denn er ist ja selbst schon Fondmanager gewesen, gescheiterter Fondmanager. Jedenfalls habe ich diesen OSP Investorenfonds, nachdem ich gegoogelt habe, da habe ich nur alte Einträge gefunden. Also gehe ich mal davon aus, dass sich das Ganze nicht rentiert hat, beziehungsweise, dass er eingestellt wurde. Immerhin hat er aber schon mal etwas Praxiserfahrung da in der Fondbranche sammeln dürfen. Übrigens habe ich noch eine Gemeinsamkeit mit dem Jens, außer meinem Haarwuchs, und zwar? Wir lassen das, weil es ist nicht unsere Art, über jemanden herzuziehen. Ja, genau. Und das ist auch nicht meine Art, über jemanden herzuziehen. Da sage ich das auch gleich vorm Weg. Es geht nicht in diesem Video um die Person Frank Thelen. Und in diesem Video geht es überhaupt nicht um Jens Rabe. Überhaupt nicht. Null. Allerdings müssen wir einfach mal ein paar Sachen hier erklären, weil viele Anleger verhalten sich genauso, wie sich ein Frank Thelen gerade verhält. Ja, und ich denke, viele Anleger verhalten sich auch genauso, wie es ein Jens Rabe gerne hätte, mit gewissen Hintergedanken. Und natürlich, ihr könnt euch schon denken, welche das sind. Ja, gehen wir mal zum Frank Thelen Fonds. Da gibt es hier ein schönes Chart. Und da seht ihr hier, ist nicht gerade von Erfolg gekrönt. Und da gibt es natürlich eine relativ große Diskrepanz zwischen dem, was Frank Thelen erzielen möchte an Rendite, und zwischen dem, was bisher jedenfalls tatsächlich rausgekommen ist. Der Jens sagt dann auch völlig zu Recht, schlechtes Market Timing bezüglich der Fondauflage. Und das kritisiert er auch gar nicht so, weil es weiß keiner, wie lange an der Börse da die Kurse allgemein steigen, wie lange der Tech-Hype ist. Und vor allem momentan haben wir auch ein globales oder ein Börsenumfeld, was durch globale Widrigkeiten getrieben wird, ohne zu arg darauf einzugehen. Interessanter werden dann andere Kritikpunkte vom Jens. Und da geht es dann unter anderem darum, dass der Frank, oder dass er dem Frank auch ganz vorwirft, weil er Frank meint, mit seinem Research sei er schlauer als der Markt. Mal höre. Frank Thelen sagt in diesem Podcast unter anderem, also diese ganzen Finfluencer, also alle, die darüber berichten, die sind im Grunde genommen, er drückt es ein bisschen charmanter aus, aber die sind eigentlich eh alle blöd, haben eh alle keine Ahnung. Und wer mal richtig reibt. Ja genau, bezüglich Finfinanzinfluencer könnte man auch noch was sagen. Aber ich glaube, das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Kann man teilweise auch zurecht kritisieren. Komplexes Thema, lassen wir lieber mal außen vor. Es geht ja jetzt erstmal um den Frank. ...inlesen würde in die Daten. Und wer mal richtig was verstehen würde, der würde das sowieso alles ganz anders sehen. Okay, dann hat er gesagt, er glaubt auch nicht, dass der Markt effizient gepreist ist. Ja genau, darum geht es. Es geht darum, dass Frank Thelen angeblich sagt, der Markt wäre nicht effizient gepreist, weil der Frank hat ja ein Experten-Team, die hier den Research machen, kann man auch nachlesen. Und hier unter dieser URL kann ich ihn auch gerne verlinken. Und der Frank ist dann halt überzeugt entsprechend, dass er Unternehmen herausgefunden hat, die ein hohes Wachstumspotenzial haben. Von daher kommt auch der Name 10xDNA. Und wenn dann halt mal die Aktienkurse nach unten gehen, ich habe den Podcast nicht gehört, auf den sich der Jens bezieht, aber dann soll der Frank gesagt haben, ja, die Börse hat Unrecht, die guckt wahrscheinlich nur zu kurzfristig, sie reagiert über. Langfristig ist es so, dass diese Unternehmen viel Potenzial haben und die Kurse werden schon noch steigen. Und jetzt wirft der Jens dem Frank Arroganz vor. Und er sagt, es ist arrogant, wenn du die Kursbewegungen ignorierst, weil die Kurse sind die Wahrheit, frei gesprochen. Und es ist im Prinzip das Einzige, das zählt. Und die Chart-Technik kommt dann natürlich noch entsprechend obendrauf. Jetzt muss man natürlich sagen, dass der Jens sich auch in Market-Timing versucht. Ich habe ja ein Video gemacht, vor nicht allzu langer Zeit, wo es dann auch darum geht, dass er sagt, behauptet, Bindhold würde nicht funktionieren, wo ich eine Gegenposition habe. Übrigens noch stärker überzeugt bin, als zuvor, wenn es überhaupt noch ging, weil wir ja mittlerweile wieder eine Erholung haben und auch dank des stärkeren US-Dollars in Euro zum größten Teil den Crash schon wieder ausgesessen haben, wo der Jens gesagt hat, verkauft mal bitte eure ganzen Aktien, und er geht auf jeden Fall in den Verkaufsmodus stark über. Und er hat auch schon wieder mittlerweile ein anderes Video gedreht, das ich auch schon über Werbung gesehen habe, wo er auch Anzeigen schaltet, wo es halt jetzt wieder einsteigen. Das heißt, der Jens Rabe ist ganz groß beim Market-Timing dabei, kaufen, verkaufen und bringt euch damit natürlich auch in eine gewisse Abhängigkeit rein, weil er versucht dann dieses Meisterwissen, um den Markt zu schlagen, sozusagen euch zu verkaufen, mit Buy and Told und noch ein Check hinten dran. Da ist natürlich nicht so viel zu machen zu Seminaren. Die Seminare sind relativ bald zu Ende und da gibt es auch keine dauerhafte Abhängigkeit von einem Propheten, sozusagen, der erklären muss, wo denn der Markt gerade steht und was du zu tun hast. Apropos Chart, beziehungsweise Chart-Technik, es werden auch ein paar Aktien dann hier gespielt, recht oberflächlich, wie hier FATE, das ist eine Biomedizin und Biotech-Unternehmen, exorbitant hoch bewertet und der Jens nimmt es auch kurz auseinander. Das Argument damals war, lieber Frank Thelen, egal was ihr für eine Research macht, aber eine Aktie, die in der Vergangenheit, jetzt gucken wir uns mal an, die in der Vergangenheit um, ich nehme mal von hier, zweieinhalbtausend Prozent in weniger als drei Jahren gestiegen ist, die ist einfach hochgradig gefährdet und das ist ein sogenannter, wir bezeichnen das als Tannenbaum-Chart. Also, Jens argumentiert im Prinzip so, allein mit den Kursen, Chart-Techniker halt, wenn die Aktie, beziehungsweise der Aktienkurs entsprechend stark steigt, dann ist halt auch entsprechend hohes Abwärtspotenzial da, ist aus meiner Sicht aber unvollständig. Es geht in erster Linie nicht um die Aktienkurse, natürlich was die Rendite betrifft, geht es natürlich schon um die Aktienkurse, weil das entspricht ja den Kursgewinnen, aber die Kursentwicklung, die ist ja auch fundamental unterfüttert. Kommen wir später auch nochmal drauf, Vergangenheit versus Zukunft, ob da nur die Zukunft gespielt wird. Jedenfalls sieht man das auch ganz gut, hier ist Fade Therapeutics, den machen wir mal kurz rein und dann zeige ich mal, wie das Ganze im kompletten Bild aussieht, wie man die Unternehmensgewinne reinnimmt. Hier haben wir eben entsprechend den Chart und hier müssen wir irgendwo die um die 2000% Kursgewinn haben. Hier sind es sogar über 3000, ich habe einen längeren Zeitraum ausgewählt, man kann das Ganze auch logarithmisch machen hier. Und was jetzt natürlich das Problem, sowas unvollständig ist, hier habt ihr die Gewinnentwicklung inklusive Prognosen. Es bleibt erst zum ersten Mal festzustellen, dass Anleger, die die Investmentphilosophie vertreten, in Qualitätsaktien zu investieren, die würden sowieso nie in ein Unternehmen wie Fade Therapeutics ihr Geld stecken. Da mag es den Durchbruch geben, irgendwann in der Krebsforschung und hier das Research von dem Frank, mag davon überzeugt sein, dass der Durchbruch irgendwann gelingt und dann winkt das große Geld, so wie beispielsweise bei BioNTech, aber das ist halt eine riskante Wette, wo man halt eine Story braucht und sie haben die Story ganz offensichtlich, sie haben die recherchiert, aber nichtsdestotrotz sieht momentan ja nicht allzu gut aus und auch für die nahe und mittlere Zukunft werden ja überhaupt keine Gewinne erwartet. Die Margen, wenn ihr hier auch reinguckt, ich ändere mal hier das Chat, da sieht man es besser, extrem negativ, also die haben eine operative Margen von über minus 400 Prozent. Und es ist also nicht allein das, wie wir eine Kursentwicklung haben, man muss auch mal gucken, wie das Fundamentale aussieht, denn es gibt durchaus Unternehmen, die um 1000 Prozent und mehr gestiegen sind und wohl nicht die kompletten Kursgewinne oder fast die kompletten Kursgewinne wieder abgegeben werden. Sogar hier in der gleichen Branche denken wir zum Beispiel mal an BioNTech, die haben ja auch so eine Riesenrelle hinter sich, haben auch eine starke Korrektur hinter sich, aber man sieht hier gleich, aha, hier gibt es also einen fundamentalen Unterschied. Hier sind also, hier gab es eine Gewinnexplosion, ja, nur ein Beispiel hier von 7 Cent pro Aktie plötzlich auf 47 Euro pro Aktie, da kann man schon sagen, ja, ein Teil dieser Kursgewinne, dieser exorbitanten Kursgewinne, gucken wir mal, wie hoch die sind, immerhin auch 2600 Prozent hier, wenigstens ein Teil davon ist begründet gewesen, auch fundamental, das heißt, wenn man da dann längerfristig dabei geblieben wäre, hätte man immer noch eine Rendite gemacht von 1000 Prozent hier, auch wenn man dann hier wieder eine Korrektur hatte. Das heißt, man sollte schon ein bisschen schauen, wenn man Aktien kauft und vor allem, wenn man jetzt nicht so ein Riesenresearch dahinter hat, wie jetzt ein Frank Theen, so ein normaler Privatanleger ist, um was für eine Aktie es sich handelt, man sollte nicht nur auf die Kurse gucken, wie es da Jens tut und dann einfach sagen, die ist so stark gestiegen, die muss auch wieder fallen, sondern man sollte schon schauen, was ist fundamental dahinter. Ist jedenfalls meine Überzeugung und das wird dazu führen, dass du die meisten heißen Eisen erst überhaupt nicht anfasst und dass dann du beispielsweise beim Teschcrash viel weniger Fehlern gelassen hättest, weil du diese vielen heißen Eisen, die ihre ganzen Cashflows in der Zukunft machen sollen und momentan noch hochdefizitär sind, ja, nicht im Depot gehabt hättest. So, und dann kommen wir auch schon zum nächsten und zwar meint der Jens, und das ist auch was Ähnliches jetzt zu dem, was ich schon gesagt habe, dass das Fundamentale gar nicht so wichtig ist, dass das, dass die Börse manchmal nichts mit Zahlen zu tun hat. Wir lassen mal den Jens sprechen, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen klarer, das ist hier. Nichts mit Zahlen zu tun haben. Was, glaube ich, Frank Theen und viele andere nicht verstehen, ist Folgendes, und zwar, wir gucken uns mal hier eine Aktie an. Jetzt kommt die nächste Aktie, das ist Okta, aber das sagt jetzt auch der Jens gleich. Und zwar, das ist hier die Okta, Okta Technologies. So, auch hier können wir übrigens wieder, ich mache uns die mal ein bisschen länger, können wir sehen, auch das, der wunderbare Tannenbaum, die Aktie geht von, geht von April 2017 von 23 auf 290 hoch. Also er guckt schon wieder nur auf den Chart und sagt, die Aktie ist stark gestiegen, also muss sie auch stark fallen. 10x, dummerweise, wenn du zu spät eingestiegen bist, hast du 10x ins Negative und jetzt geht es wieder runter. So, und jetzt kommt in diesem Interview unter anderem vor, dass hier gesagt wird, ja, die Börse ist ja völlig irrational, weil da kommen hier Earnings heraus und diese Earnings waren tatsächlich deutlich besser als erwartet. So, und jetzt sagt euch der Jens, dass, oder er will versuchen, euch zu vermitteln, dass die Earnings hier, beziehungsweise die Zahlen, die veröffentlicht worden sind, super gewesen sind, die Aktie ist aber trotzdem gefallen. Warum ist sie gefallen? So genau erklärt das nicht. Er kniet sich ja gar nicht, er gibt sich ja überhaupt nicht die Mühe, der Jens, irgendwelche Unternehmen überhaupt auch nur ansatzweise zu verstehen. Für ihn reicht ja hier einfach der Chart und für ihn reicht auch einfach hier, dass wir hier zwei grüne Zeilen haben und wo hier nur eine große Prozentzahl steht. Zufällig habe ich mich mit Okta beschäftigt in dem Video vor kurzem, das heißt, ich weiß tatsächlich im Gegensatz zum Jens, was da passiert ist. Hier ist es übrigens und da haben wir Okta versus Tesla und lustigerweise kommt als nächste Aktie noch im Video vom Jens dann auch noch Tesla, also passt genau. Okta, da geht es um Identitätsmanagement, Authentifizierung, Autorisierung von Benutzern für unterschiedliche Softwares, die dann halt die Kunden sind und diese Earningsüberraschung hier von 67 Prozent, das ist völlig irrelevant, völlig irrelevant und es ist im Prinzip sogar negativ, weil die haben nur deshalb so hohe Gewinne gemacht, weil sie niedrige Kosten hatten, weil sie nicht genügend Personal bekommen haben und es geht natürlich, Rekrutierungsprobleme gehen natürlich auf Kosten des zukünftigen Wachstums und das wurde nach unten korrigiert auch, also der Ausblick für das laufende Quartal liegt beim Umsatzwachstum von in Anführungszeichen nur 30 Prozent, das ist für Okta nicht viel, außerdem gibt es Integrationsprobleme bei Out 0 oder Out O, Entschuldigung, was sich angekündigt hat, also die Zahlen, was dann dabei rauskam, das war gar nicht so positiv. Lassen wir erst noch mal den Jens reden. Also, es gab eine Erwartungshaltung und jetzt kommen die Earnings heraus und sie sind besser als erwartet und was... Also das habe ich jetzt gerade gesagt, also es wurde, dass es nicht so war. Es waren hier die paar Zahlen, die sehen besser aus als erwartet, aber in Summe des Gesamtpakets mit der Erklärung hinten ran, das war negativ. Aber gut, wie gesagt, Jens grabt nicht gerne so tief. Macht der Markt an diesem Tag, da könnte man doch denken, naja, wenn die Zahlen besser sind, dann muss die Aktie doch steigen. Fakt ist aber, die Aktie ist an diesem Tag um 33 Prozent gefallen und Frank Thiel bezeichnet das als irrational. Gut, wenn der Frank das jetzt als irrational bezeichnet, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Kann sein, können ja auch sein, dass beide falsch liegen. Ich habe mir den Podcast und die Aussagen von Frank Thelen nicht angehört. Ist nicht irrational, sondern das ist völlig rational. Das ist natürlich aber auch lustig, wenn der Jens behauptet, es ist völlig rational, aber er kann ja gar nicht erklären, warum die Okta-Aktie um 30 Prozent verloren hat. Er guckt immer nur nach hinten. Also auf der einen Seite behauptet er, der Jens, das werdet ihr gleich hören, dass ihr an der Börse die Zukunft gespielt wird. Auf der anderen Seite, wenn er euch irgendwas erklären will, guckt er immer nach hinten in die Charts der Vergangenheit. Also das ist auch schon Widerspruch an sich. Das ist völlig rational, wenn man nämlich mal begreift, dass Aktienkursbewegungen nichts, aber auch gar nichts mit Zahlen aus der Vergangenheit zu tun haben. Weil was sind denn Earnings? Earnings sind Zahlen aus der Vergangenheit. Nichts anderes. Ja gut, das kann man jetzt kurz fassen, oder sehr kurz und eingeengt sehen, dass die Earnings nur die nackten Zahlen sind. Dann kann ich sagen, ja, hat er irgendwo recht, es sei denn, die Zahlen sind so schlecht ausgefallen oder so gut ausgefallen, wie man es nicht erwartet hat, dann reagieren die Aktienkurse trotzdem, wenn die Analystenschätzungen geschlagen oder verfehlt werden. Das könnt ihr ja in der Earnings Season massenweise sehen. Man kann aber noch die Earnings als Ereignis begreifen, wo ja auch noch ein Earnings Call und so weiter drin ist, wo das Management die Zahlen auch noch erklärt. Und dann kann man rein aus Vergangenheitsdinger schon viele Dinge auch für die Zukunft ableiten. Das heißt, dann haben die Earnings doch eine gewisse Aussagekraft eben auch für die Zukunft. Muss man schon ein bisschen differenzieren vielleicht, was jetzt nicht die Stärke ist vom Jens. Die Börse bewertet aber immer die Zukunft. Und das heißt, du kannst heute sagen, hey, wir hatten ein Megaquartal jetzt die letzten drei Monate. Wir hatten zehn tolle Jahre. Das spielt überhaupt keine Rolle. Naja, also so ganz stimmt das ja auch nicht, weil sonst wäre der komplette Ansatz vom Aktienfinder verkehrt, wenn wir sagen, okay, wir gucken, dass wir Qualitätsunternehmen finden mit funktionierenden Geschäftsmodellen, die ihre Gewinne, Unternehmensgewinne und dann auch die Dividenden langfristig steigern. Ja, stelle es jetzt so dar, als wäre das jetzt die Wirtschaft ein Roulette-Spiel. Und hast du zehnmal rot, kann es sein, dass man nächstes Mal wieder schwarz kommt. Das stimmt halt einfach nicht. Das ist völlig egal. Börse preist immer nur die Zukunft ein. Und wenn die Börse momentan und die ist... Das ist richtig, aber es ist kein Zufall, dass Unternehmen halt zehn Quartale oder zehn Jahre in der Vergangenheit Gewinne gewirtschaftet haben und andere halt schaffen das nicht. Das ist kein Zufall und da gibt es eine gewisse Korrelation auch, die in der Vergangenheit sich fortsetzt. Nicht dumm, die ist sehr, sehr schlau. Die Masse, die einzelne Masse ist nicht so schlau, die Masse als solches, der Peinemorker, ist sehr, sehr schlau und wenn die Masse eben sieht, irgendwas stimmt da nicht, dann bestraft sie das Ganze. Ja, das ist halt wieder dieses Diffuse mit ich habe keinen Bock eigentlich mich reinzuknien, was mit Okta passiert, das ist mir eigentlich auch scheißegal. Ich will ja nur meine Videos drehen, dass ich dann irgendwann Coaching-Teilnehmer kriege. Irgendwas, ja. Aber so ist halt der Anspruch unterschiedlich von den unterschiedlichen YouTubern halt auch. Dann interessant wird es dann auch noch hier bei 13.30 und da geht es dann auch nochmal so ein bisschen um Buy and Told beziehungsweise um Unternehmensstrategien. Nein, um deine Anlagestrategie. Und am Beispiel von Coinbase wird ja was festgemacht. Das hat er gesagt in diesem Interview. Er hat sie verkauft, hat es auch bis schon begründet und so weiter, aber dann hat er gesagt, ja, wir traden aktiv, obwohl wir es nicht wollen. Gut, es wird jetzt, wie gesagt, ich habe es nicht überprüft, aber Frank Thelen scheint jetzt plötzlich zu traden, obwohl er eigentlich Aktien sich ins Depot holen will, auch längerfristig, an die er halt glaubt, aufgrund des Research. Das ist natürlich ein Bruch mit der Anlagestrategie. Die kann man jetzt definitiv erstmal kritisieren, zu Recht. Wenn du jetzt was nicht willst, dann mach es nicht, schon gar nicht mit deinem Geld. Das heißt, entweder du hast eine Strategie, aber wenn sich jetzt die Umstände ändern, dann machst du doch nicht Dinge, die du nicht willst. Genau und ich finde das vernünftig, was er sagt, aber er meint es eigentlich nicht so. Der Jens meint es eigentlich nur so, wenn es für ihn passt. Was ist denn die Strategie von uns beim Aktienfinderkanal? Buy and hold and check, würde ich sagen. Investieren in Qualitätsunternehmen und das dann erstmal völlig unabhängig davon, wie jetzt die aktuelle Börsenlage ist. Steigen die Kurse, freuen wir uns, fallen die Kurse, ärgern wir uns vielleicht, weil wir kurz und teuer eingekauft haben, aber wir halten den Unternehmen die Treue und bleiben dabei und vielleicht kaufen wir unten auch noch nach, auch in die fallenden Kursen rein und wenn dann irgendwann sich die Börse wieder erholt, so wie es bisher immer der Fall war, dann freuen wir uns wieder, dass die Kurse weiter steigen und irgendwann auch die alten Hochs selbst übersteigen, sodass wir dann neue Kursgewinne quasi haben. Beim Jens ist es eher ein bisschen anders. Bei Jens selbst ändert das ganz, immer seine Strategie. Das sagt ihr, schaut euch das alte Video nochmal an, was ich gemacht habe, dieses Reaction-Video, hat er doch gesagt, hier im November, da habe ich irgendwo einen Facebook-Post abgesetzt und da habe ich gesagt, müsst ihr verkaufen. Und mittlerweile gibt es wieder andere Videos, jetzt wieder einsteigen, um wieder voll dabei zu sein. Das ist doch eine sich laufend ändernde Strategie und ich finde, dass er letzten Endes das selbst widerspricht. Also wenn ich schon sage, ich bin ein Buy-and-Hold-Anleger und ich glaube daran, dann muss ich es auch durchstehen und das ist genau das, was ich immer in den Videos gesagt habe. Wo alle gelacht haben und gesagt haben, das stimmt alles nicht und so. Buy-and-Hold funktioniert eben nicht, auch bei solchen Sachen nicht, weil der Kopf nicht mitspielt. Ja, und warum spielt der Kopf nicht mit? Weil es Leute gibt, wie Jens Rabe, die ihnen erzählen, dass es nicht funktioniert und dass du es nicht packst. Und ich bin halt der andere. Ich sage, es funktioniert doch. Und wir haben jetzt mittlerweile viel Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, wir haben das jetzt mehrfach schon auch Krisen ausgesessen, Crashs ausgesessen und jetzt auch der Letzte. Man weiß ja natürlich nicht, wie es weitergeht. Hohe, große Gewitterfront in der geopolitischen, in der Geopolitik, in der Welt. Große Krisen, man weiß nicht, wie es weitergeht. Aber ich bin langfristig optimistisch gestimmt und viele Leute, die ich kenne, die haben die Grundüberzeugung und ich bin auch überzeugt wiederum, dass die das durchhalten werden und dass es funktioniert. Und in dem Video hat er ja Jens selbst gesagt, dass es eigentlich funktioniert, nur dass du das nicht packst. Weil er auch nicht will, dass du es packst. Deshalb sagt er ja nicht, sagt er ja, dass du es nicht packst. Und dann werden Ausreden gesucht. Ja, da gibt es was, das NFT-Projekt von... Na gut, jetzt geht es wieder um Frank Thelen, der halt die Anlagestrategie gesprochen hat und jetzt tradet. Da hat er ja im Prinzip auch recht. Gehen wir nochmal kurz rüber zu Tesla, die ich ja übrigens auch im Depot habe. Was der Jens dann hier zu Tesla sagt. Das letzte und zwar vorletzte hier. Er hat gesagt, okay, er hat über die Aktie von Tesla gesprochen, die er drin hat und die haben, glaube ich, mit 8% gewichtet und jetzt können wir uns nicht um die Aktie selbst, aber er hat gesagt, naja, Tesla ist ja eine sichere Sache. Also das kann man, kann der Jens auch völlig zu Recht kritisieren. Also Tesla sichere Sache, Tesla ist ein heißes Eisen, das wissen wir alle. Und wenn ich über Tesla spreche, die ich selbst im Depot habe, das ist meine größte Position, dann sage ich auch immer Pro und Contra und sage immer, hier ist ein heißes Eisen, da muss man ganz klar eine Story haben, unter anderem, warum man die Aktie im Depot holt. Im Prinzip nah an so einem Research, weil das ist dann auch fundamental begründet, mit natürlich entsprechenden positiven Szenarien. Sonst hätte man ja die Aktie zu der hohen Bewertung nicht in seinem eigenen Depot. Und auch das ist wieder, hat eigentlich wieder mit dem Punkt 1 zu tun, mit dieser Überheblichkeit, es ist im schlimmsten Fall naiv oder am besten. Ja, der Frank wirft dem, der Frank, der Jens wirft dem Frank ja mehrfach Arroganz und Überheblichkeit vor. Das könnte ich beim Jens genauso machen. Wenn der Jens nur sich die Charttechnik anschaut und das Ganze fundamental ja außer Acht lässt und wenn er mal auf Fundamentaldaten wie den Gewinn pro Aktie eingeht, dann ist er komplett oberflächlich, rutscht er darüber hinweg, weil er keinen Bock hat, sich da einzugraben, beruft sich, so wie der Frank Thelen sich rein auf, in erster Linie hier, auf sein Research bezieht, so bezieht der Jens sich, jedenfalls in diesem Video, rein auf seinen Tannbaum-Charts und sagt, dass da die Wahrheit drin steckt und ansonsten gibt es mehr oder weniger nur philosophische Ergüsse mit an der Börse wird die Zukunft gespielt und buy and hold, wirst du nicht durchhalten und solche Sachen, was ja auch wieder eine eigene Form der Arroganz ist, weil wie kann er dir irgendwas in Abrede stellen, dass du das nicht schaffen wirst? In diesem Fall ist es naiv oder es ist einfach nur dumm. Nichts an der Börse ist sicher. Nichts an der Börse ist sicher. Tesla ist wahrscheinlich eine wahnsinnig tolle Firma. Ich habe ewig lange Tesla-Aktien gehabt. Ich habe momentan keine Position in Tesla, weder lang noch short, also mir ist es vollkommen egal, aber nichts an der Börse ist sicher. Ein Unternehmen, was heute Nummer 1 ist, kann morgen weg sein und wer das nicht versteht, hat auch wieder nichts an der Börse zu tun. Ja, das ist auch wieder so ein bisschen Angstmacherei. Natürlich, dann kommen auch noch Beispiele mit Enron, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich kann ja auch noch andere Beispiele bringen, wie zum Beispiel Wirecard, die ich ja auch selbst im Depot hatte. Ich hatte in dem Jahr aber die beste Depot-Performance insgesamt hingelegt. Und warum? Unter anderem, weil ich natürlich nicht all in Wirecard gegangen bin, sondern diversifiziertes Depot gehabt habe. Hatte unterschiedliche Wetten, auch die ein bisschen heißer waren. Andere Wette lautete Tesla und die ist eben aufgegangen. Aber man braucht einfach nur ein diversifiziertes Depot. Dann hast du schon deine Rohrkrepierer. Keine Sorge, die Börse ist so fies. Das wird schon so sein. Aber du hast gedüngend andere Unternehmen, wo es existiert. Also lasst dir da keine Angst machen. Und auch hier kann ich euch Beispiele geben. Enron war der größte Energiehändler der Welt, bis sie zusammengebrochen sind innerhalb von Wochen, weil herauskommen, Ja, okay, das müssen wir uns jetzt nicht anhören. Dann kommt da später noch ein Zitat von Chef Bezos, dass irgendwann Amazon dann auch weg sein wird vom Fenster, weil ein Konkurrent kommt oder sonst irgendwas und ihn die Butter vom Brot nimmt. Das ist alles selbstverständlich. Nichts, was der Mensch gemacht hat, ist von Dauer weder wir selbst noch das, was wir erschaffen. Also das ist halt so bla bla, sage ich mal. Aber wir haben doch, wir brauchen ja gar nichts von Dauer haben. Uns reicht es ja, wenn die Unternehmen ein paar Jahrzehnte ihre Gewinne steigern, weil das ist das Positive, dass wir nicht ewig leben, sozusagen. Wir können zufrieden sein, wenn unsere Rente sicher ist, ja, sage ich mal. Wenn wir ein Vermögen aufgebaut haben. Und dann, wie gesagt, in einem diversifizierten Depot ist es kein Problem, wenn auch mal eine Aktie von heute oder ein Unternehmen von heute auf morgen im schlimmsten Fall, im schlimmsten Fall wegbricht. Was haben wir da noch? Dann wettet der Jens noch. Er will eine Wette anbieten an den Zuschauer. Kommt sich, glaube ich, da etwas erhaben vor. Dass er es nicht mal schafft innerhalb der nächsten fünf Jahre. Er ist natürlich der Frank Thelen, dass er es nicht mal schafft, innerhalb der nächsten fünf Jahre. Den Nasdaq zu schlagen. Den Nasdaq zu schlagen. Da ist mir dann spontan der Gedanke gekommen, warum wettest du nicht mal bezüglich deiner eigenen Performance, Jens? Gibt es irgendwo tatsächlich einen Performance-Ausweis von Jens Rabe, so wie es den zum Beispiel bei uns gibt? Also wir haben ja hier das Start-A-Depot. Mal kurz reingehen. Und hier ist jetzt Roadmap, Start-A-Depot, wo wir echt zeigen, wie die Performance ist. Wo wir immer Update machen. Das ist öffentlich einsehbar. Das ist jetzt, wir versprechen ja auch keine wunderbare Performance, die den Nasdaq schlägt oder irgend sowas. Aber wir benchmarken uns. Mit Benchmarks ist es Sinnmachung, auch mit dem MSCI World, obwohl es keine Dividenden-Strategie ist. Und wir zeigen hier einfach mal tatsächlich eine Performance. Ich glaube nicht, dass der Jens tatsächlich so einen Performance-Ausweis hat. Warum? Es ist immer einfach, auf andere Leute einzuschlagen. Natürlich, je umso einfacher, je schlechter es bei denen läuft und je größer sie das Mundwerk aufgerissen haben. Aber letztendlich geht es doch nicht darum, es geht doch nicht darum, auf andere einzudreschen, sondern es geht doch in erster Linie darum, selbst zu zeigen, dass man es kann und dann entsprechend dieses Wissen zu vermitteln. Warum also so eine dumme Ego-Wette? Aus meiner Sicht ist es eine dumme Ego-Wette. Und er ist halt auch so ein bisschen Hater und es kommt auch ganz deutlich hervor, wenn ihr euch das ganze Video anguckt, von Frank Thelen. Und dann am Ende natürlich ganz klar, dann hier ist das typische hier, kommen in meinen Coaching mit so ein paar Trustpilot-Bewertungen noch, die er dann einblendet. Und darum geht es dann letztendlich. Also ich finde, wenn wir jetzt zum Fazit kommen, es ist schon eine sehr einseitige Sichtweise, die der Jens da vertritt. Und er hat im Prinzip das Fazit auch so ein bisschen vorweggenommen, was ich noch hätte, ich bin da auch schon ziemlich richtig gelandet, Moment, mal drei Sekunden noch vorspulen, wären auch so ungefähr meine Worte, was der Jens jetzt sagt. Das ist schon, das hat auch nicht mehr mit Selbstvertrauen zu tun, sondern das ist einfach nur sehr, sehr arrogant. Und solche Leute gehören weg von der Börse. Die haben an der Börse nichts verloren und das ist das Schöne. Ja, genau. Also im Prinzip habe ich auch so meine Zweifel und werde einfach mal die Worte vom Jens auch so ein bisschen auf sich selbst wirken lassen. So, meine lieben Freunde, das war das zweite Reaction-Video zu Jens Rabe. Das Reaction-Video auf das Reaction-Video. Ihr habt sicherlich die ein oder andere Anmerkungen dazu. Würde ich einfach sagen, Feuer frei. Gebt bitte Kommentare ab, wie ihr das findet. Wie immer, keiner hat zu 100% Recht. Ihr könnt auch gerne ein bisschen was Kritisches schreiben. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Musste mal gesagt werden. Nicht vielen Dank fürs Zuschauen, sondern das, was ich vorher gesagt habe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.